Heute kommt ein Türchen, worüber ich mich selber sehr freue und vielleicht habt ihr das nicht unbedingt vorgeschlagen, aber ich selber habe diese Fanfiction gefunden, weil alle Fanfictions hier in diesem Adventskalender ja was mit Weihnachten zu tun haben und ich bin totaler Drei-Frage-Zeichen-Fan und diese Fanfiction von Drei-Frage-Zeichen hat was mit Weihnachten zu tun. So, es ist also kein Krimi oder sowas, es ist, naja, einfach nur ein schöner kleiner Einblick in die Freundschaft der Familie von den Drei-Frage-Zeichen und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit diesem süßen kleinen One-Shot. Weihnachten in Rocky Beach Als Justus, Peter und Bob im Herbst ihre Bewerbungen fürs College im nächsten Jahr abgeschickt hatten, hatten sie bemerkt, dass bald eine völlig neue Zeit für sie anbrechen würde. Natürlich würden sie versuchen, einen Platz am selben College zu ergattern, um dort eine kleine WG zu gründen. Trotzdem würden sie dann nicht mehr so viel Zeit für ihre kleine Detektei haben und auch nicht mehr die Nachmittage, Wochenenden und Ferien in der Zentrale oder bei der Jagd nach Verbrechern verbringen. Die Gedanken hatten die drei Freunde zunächst wehmütig gestimmt, war aber nach einiger Zeit durch die Abenteuerlust der Jungs vertrieben worden. Jetzt hieß es, Pläne zu schmieden und die verbleibenden Monate bestmöglich zu gestalten. Als sie eines Abends Ende November bei Cola und Chips in der Zentrale hockten und von Blackie mit den üblichen Sprüchen genervt wurden, hatte Peter eine zündende Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir für Blackie auf dem Schrottplatz eine große Foliere bauen, um ihn endlich eine nette Gefährtin suchen? Wenn wir erst einmal aufs College gehen, kann er schließlich nicht mehr in der Zentrale wohnen und einsam soll er doch auch nicht sein. Bob und Justus waren begeistert von seiner Idee. Blackie würde einen idealen Wachmina abgeben. Eine Foliere konnten sie aus dem auf dem Schrottplatz reichlich vorhandenen Material selbst bauen. Onkel Titus und Tante Mathilda hätten bestimmt auch nichts dagegen und würden den einsinnigen Vogel später leicht versorgen können. Aber wie finden wir denn eine Freundin für Blackie? fragte Bob in die Runde. Ganz einfach, erklärte Justus, der seinen beiden Freunden gedankenmäßig wieder einmal in Meilen weit voraus war. Wir erkunden uns über den Zoo, ob es in der Gegend vielleicht andere Halter bzw. Züchter dieser Vogelart gibt. An die können wir uns dann wenden. Tolle Idee von dir, Peter, und natürlich perfekt ausgetüftelt von dir, Just, lobte Bob. Das wird ein tolles Weihnachtsfest für Blackie werden. Und wo wir gerade bei Weihnachten sind, ich hätte da einen Vorschlag für euch beide. Peter und Justus sahen Bob gespannt an. Na los, lass deinen Vorschlag hören. Wir sind ganz ohr, drängte Justine. Also, es wird ja das letzte Weihnachten in der guten alten Zeit sein. Und da habe ich mir gedacht, wir machen es anders als sonst und feiern am ersten Weihnachtstag zusammen mit unseren Familien. Ich habe meine Eltern schon gefragt. Und sie sind damit einverstanden, dass die Feier bei uns stattfindet. Platz genug haben wir. Und wenn jeder was mitbringt, können wir einen gemütlichen Brunch machen. Alle zusammensitzen und unsere Geschenke auspacken. Was meint ihr dazu? Justus und Peter waren hellauf begeistert. Auf diese Weise würden sie noch einmal die Gelegenheit haben, Weihnachten mit allen, denen zu verbringen, die ihnen am Herzen lagen. Sie mussten also nur noch Peters Eltern und Justus' Tante und Onkel fragen. Und das würden sie auch gleich in Angriff nehmen. Als die drei Jungs am nächsten Morgen vor der Schule aufeinandertrafen, strahlten ihre Gesichter wie Honigkuchenpferde. Die Familien Shaw und Jonas waren mit Bobs Idee einverstanden. Und auch der Folierenbau fand Anklang bei Mathilda und Titus. Sie mochten Blackie zwar, wollten aber nicht jeden Abend von dem erzählfreudigen Tier beim Fernsehen gestört werden. Da sollte dieser doch lieber auf dem Schrottplatz für Unterhaltung und Sicherheit sorgen. Justus, Peter und Bob konnten also mit Elan an die Vorbereitung für dieses ganz besondere Weihnachtsfest gehen. In den nächsten Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Foliere war zwischenzeitlich fertiggestellt und ein Minar-Züchter über den örtlichen Zoo ausfindig gemacht worden. Als sich die drei Freunde mit Blackie nach Santa Monica begeben hatten, damit dieser sich vor Ort ein nettes Weibchen aussuchen konnte, hatten die Jungs allerdings eine Überraschung erlebt. Blackie war nach den kundigen Feststellungen des Züchters überhaupt kein Hahn, sondern eine Henne. Wenigstens können wir ihren Namen lassen, hatte Peter etwas betroffen erklärt. Es war ihnen wirklich peinlich. Da hatten sie den Vogel nun schon eine Ewigkeit und wussten dennoch nicht, welches Geschlecht er bzw. sie hatte. Zum Glück schien Blackie das nicht weiter zu interessieren. Sie hatte sich sofort in einen prächtigen Hahn verguckt, den der Züchter ohnehin abgeben wollte. Und so waren sie schließlich mit zwei Minars nach Rocky Beach zurückgekehrt und hatten den beiden Vögeln etwas verfrüht die neue Behausung zum Geschenk gemacht. Die Suche nach den passenden Geschenken füreinander gestaltete sich wie erwartet schwierig. Schließlich wollte jeder der drei Detektive seinen besten Freunden bei diesem besonderen Weihnachten nicht einfach Socken oder etwas ähnlich Einfallsloses schenken. Für Bob hatte Peter sofort das Richtige gewusst. Umgekehrt war das dieses Jahr nicht so einfach. Was schenkte man seinem besten Freund, dessen Interessen sich im Wesentlichen auf Sport beschränkten und dem man wohlweislich lieber nichts allzu Persönliches schenken wollte? Zwar hatte Peter im Sommer Bobs Geständnis, dass er eindeutig auf Männer stehe und sich ein bisschen in ihn verknallt habe, wie sehr tatsächlich wollte er ihn lieber nicht wissen lassen, nach dem ersten Schock erstaunlich gut verdaut, aber trotzdem wollte er es lieber nicht übertreiben. Peter hatte zunächst schwer geschluckt und war einen Moment sprachlos gewesen, hatte sich dann aber für Bobs Ehrlichkeit bedankt und seinen Mut gelobt. Und obwohl Bob angenommen hatte, dass Peter sich ihm gegenüber zukünftig anders verhalten würde, war dieser schnell wieder zu den üblichen Neckereien übergegangen und scheute sich auch nicht, Bob gelegentlich zu umarmen oder ihm spielerisch durchs Haar zu wuscheln. Bob war Peter dankbar für sein Verhalten. Zwar schmerzte seine Gefühle ihn in seiner Nähe manchmal schon heftig, aber der unbekümmerte Umgang zwischen ihnen war ihm das wert. Er würde schon irgendwann über Peter hinwegkommen und sich neu verlieben. Er blieb aber trotzdem noch die Wahl des richtigen Geschenks. Zum Glück hatte Justus schließlich eine gute Idee. Er fand über das Internet einen Shop, der Fanartikel von ausländischen Fußballvereinen vertrieb. Und da Peter seit ihrem Trip durch Europa vor einiger Zeit sehr für den dortigen Fußball schwärmte, beschlossen Bob und er, Peter gemeinsam ein signiertes Trikot seines Lieblingsvereins zu schenken. Damit blieb für Justus noch die Suche nach dem richtigen Geschenk für Bob. Das stellte allerdings kein großes Problem dar. Er wusste, dass Bob die Plakate von herausragenden Ausstellungen des Kunstmuseums von Rocky Beach sammelte und hatte über die Beziehung seines Onkel Titus zu Händlern aller Art ein paar alte Plakate auftreiben können. Mit einem schlechten Rahmen würden diese sich super in Bobs Zimmer machen. Die Fandung nach dem Geschenk für Just hatte bei Peter und Bob hingegen zu Verzweiflung geführt. Was sollten sie ihm nur schenken, das er nicht schon hatte oder das nicht total langweilig sein würde? Nachdem die beiden Freunde eine gute Woche vor Weihnachten noch immer ohne brillante Idee dastanden, kam ihnen zum Glück der Zufall in Form von Lys de Kerk entgegen. Peter, der seinem Vater bei der Ausstattung eines Filmsets helfen sollte, traf beim Schleppen etlicher schwerer Kulissenteile in Hollywood zufällig auf Lys. Er konnte seinem Vater eine kleine Pause von der schweißtreibenden Arbeit abschwatzen und war mit Lys, die sich kein bisschen verändert hatte, einen Kaffee trinken gegangen. Während des Gesprächs erkundigte sich Lys auffällig oft nach Justus, sodass selbst Peter, der in Gefühlsding immer ein wenig auf dem Schlauch stand, bemerkte, dass sie ihn immer noch verdammt gern hatte. Schließlich fasste Peter sich ein Herz und fragte Lys ganz direkt, warum sie dann so viel über Justus wissen wollte, obwohl sie doch schon seit einiger Zeit getrennte Wege gingen. Lys, deren freundliches, offenes Wesen und ihre unkomplizierte Art Peter von Anfang an gemocht hatte, räumte daraufhin ein, dass sie Just gern wieder näher kommen würde und deshalb sogar ein Theaterengagement in der Nähe von Rocky Beach angenommen hatte. Da sie allerdings nicht sicher sei, dass ihre Zuneigung von Justus noch erwidert wurde, wollte sie ihm zunächst nichts davon erzählen, sondern eher zufällig mal auf dem Schrottplatz vorbeischauen. Peter grinste zufrieden, der ergab sich doch plötzlich ganz wunderbare Möglichkeiten für ein Geschenk. Und als sich Lys und Peter schließlich voneinander verabschiedeten, hatten sie beide einen kleinen Plan ausgeheckt, in den sie auch Bob mit einbeziehen würden. Die Tage bis zum ersten Weihnachtstag vergingen wie im Fluge und so trafen sich die Familien Andrews, Jonas und Shaw schon bald im großen Wohnzimmer der Andrews zu einem besonderen Weihnachtsessen. Schnee war in Kalifornien zu Weihnachten zwar nicht zu erwarten, aber gemütlich hatten Miss und Mr. Andrews das Haus trotzdem hergerichtet. Ein großer Tannenbaum mit Kugeln und Kerzen geschmückt, füllte einen Großteil des Wohnzimmers, die andere Hälfte des Raumes wurde durch eine große Tafel, an der alle Personen bequem Platz finden würden, dominiert. Kerzen sorgten für eine festliche Atmosphäre und der Duft von weihnachtlichen Gewürzen erfüllte das ganze Haus. Wie besprochen, hatte jede Familie einen Teil der Speisen und Getränke mitgebracht, sodass die Nachbarn angesichts der vielen prall gefüllten Taschen und Körbe bestimmt annahmen, dass sich Justus, Tante Mathilda, Onkel Titus, Peter sowie dessen Eltern für mindestens einen Monat bei Bob und seinen Eltern einnisten wollten. Nachdem sich alle ausgiebig begrüßt und sich frohe Weihnachten gewünscht hatten, verteilten die Damen die Speisen auf dem großen Esstisch. Mr. Andrews versorgte zusammen mit Mr. Shaw die übrigen Gäste mit den von ihnen gewünschten Getränken und Titus und die Jungs verteilten die mitgebrachten Geschenke um den Baum. Es war wirklich eine wundervolle Idee von dir, Bob, erklärte Miss Shaw. Solange wie ihr drei Jungs nun schon befreundet seid, hätten wir das schon viel eher machen sollen. Alle Anwesenden stimmten dem zu. Im Laufe der Jahre hatten sie über ihre Kinderfreundschaft geschlossen und angesichts der oft nicht ungefährlichen Abenteuer der drei Lausbuben so manche schlaflose Nacht miteinander verbracht. Das würde ihnen bestimmt fehlen, wenn ihre Jungs erstmal aufs College gingen. Sollen wir erst essen oder wollt ihr lieber erst eure Geschenke auspacken? fragte Mr. Andrews schnell, bevor die Stimmung von festlich-fröhlich in wehmütig-nostalgisch umschlagen konnte. Peter und Bob warfen verstohlene Blicke auf ihre Armbanduhren. Erst essen, kam es von beiden unisono. Justus stutzte. Seit wann könnt ihr zwei denn geduldig beim Essen sitzen, wenn gänzlich verpackte Geschenke darauf warten, von euch ausgepackt zu werden? Ach Just, nun stell uns doch nicht als Wanausen hin, kam es von Bob und Peter ergänzte schnell und mit einem liebeswürdigen Lächeln. An diesem besonderen Festtag möchten wir uns schließlich von unserer Schokoladenseite zeigen. Alle nahmen an der Tafel Platz und ließen sich die leckeren Sachen schmecken. Dabei tauschten sie Erinnerungen an die vergangenen Jahre aus. Geschichten über die ersten Fälle, die Leute, die sie hierbei kennengelernt hatten, die Gefahren, welche die drei Freunde gemeistert hatten. Sie lachten über den Fall, bei dem Justus in einem Aufzugsschacht stecken geblieben war, schmunzelten über ihre gemeinsamen Auftritte beim Musical sowie einem TV-Quiz und ernten wieder mal böse Blicke von Müttern und Tante bei der Erwähnung der bestandenen Gefahren wie Entführungen, Gedächtnisverlusten sowie den hierbei erlittenen Verletzungen. Die Zeit verging wie im Fluge. Alle amüsierten sich prächtig. Nach dem Essen versammelten sich die Anwesenden um den Baum und bestaunten den Berg von kleinen und großen, bunt eingepackten Geschenken. Ich glaube, Bob und ich haben uns jetzt lange genug artig verhalten, meinte Peter nach einem Blick auf die Uhr mit spitzbübischem Lächeln. Also her mit den Geschenken! Justus und Bob lachten. So kannten sie ihren Peter. Just wühlte kurz in dem Päckchenberg und übergab Peter feierlich eine in rotes Papier eingewickelte Schachtel. Das Geschenk ist von Bob und mir. Wir hoffen, es gefällt dir. In Windeseile befreite Peter die Schachtel von der Umhüllung und öffnete diese. Als er den Deckel abhob und das Trikot mit all den Unterschriften seiner Lieblingsmannschaft in die Höhe hielt, schimmerten seine Augen feucht. Danke, ihr zwei seid echt die Allerbesten, raunte er leise und drückte Bob und Justus in eine stürmische Umarmung nacheinander an sich. Nachdem Peter die beiden losgelassen hatte, kramte Justus schnell nach dem Geschenk für Bob und überreichte es diesem. Für dich, Bob! Ich musste mich diesmal ganz ohne Peters Hilfe entscheiden. Bob wickelte sein Geschenk in der gleichen Geschwindigkeit aus, wie es Peter zuvor getan hatte. Wow, Justus! Wo hast du die denn nur her? Die sind ja total klasse! fragte er erstaunt und hielt dabei die beiden gerahmten Plakate stolz in die Höhe. Justus freute sich. Zwei Geschenke, zwei Treffer. Bob stellte eilendst die beiden Bilder an seinen sicheren Platz und umarmte Just, während die Erwachsenen das Treiben um sich herum vergnügt beobachteten. Heute war die besondere Bindung der drei Jungs noch deutlicher zu spüren als sonst. Bob sah Peter fragend an, dieser nickte kurz und übergab Justus ein Kuvert. Das ist von Bob und mir. Es ist ja wirklich schwierig, das richtige Geschenk für dich zu finden, aber wirf doch einfach einen Blick hinein. Just öffnete den Umschlag und zog eine Karte sowie einen handbeschriebenen Bogen Papier hervor. Er las, stutzte und begann dann, seine Unterlippe zu kneten. Etwas, das er immer dann tat, wenn er angestrengt nachdenken musste. Peter und Bob betrachteten ihren Freund amüsiert. Mal sehen, wie gut seine Kombinationsgabe tatsächlich war. Tante Mathilda besah ihren Neffen ebenfalls eine Weile und fragte ihn dann, was für ein Geschenk er denn nun erhalten habe. Bob und Peter haben mir eine Karte für eine Veranstaltung des Theaterstücks, Was ihr wollt, löst neues Stück, aber das konnte er nicht wissen, geschenkt und einen Gutschein für einen Tisch für zwei in dem neuen italienischen Restaurant in der Baker Street für heute Abend. Und auf dem kryptischen Zettel hier steht, dass weder Bob und Peter mit mir essen gehen wollen und ich selbst herausfinden muss, wer mein Tischnachbar sei. Damit konnte außer den beiden Beschenken keiner im Raum etwas anfangen. Nachdem Justus noch einige Minuten angestrengt gerübelt hatte, schüttelte er leicht resigniert den Kopf. Natürlich gab es einige Leute, mit denen er essen gehen würde, aber die hatten seine beiden Freunde sicher nicht gemeint. Und warum sollten sie ihm eine Karte für ein Theaterstück schenken? Dorthin ginge er seit der Trennung von Lüster überhaupt nicht mehr gern, zumal weder Bob noch Peter oder sonst jemand aus seinem Umfeld dafür zu begeistern war, wie Lüster es immer gewesen war. Und das wussten Peter und Bob schließlich auch. Erstaunt zog Just Luft ein und maß seine Freunde mit einem einschätzenden Blick. Ihr zwei wisst doch ganz genau, dass ich mich fürs Theater nur in Begleitung einer ganz bestimmten Person begeistern kann. Die beiden Jungs nickten einhellig. Das Geschenk macht also überhaupt keinen Sinn, oder? Doch, mach das erster, gab Bob ihm zu bedenken. Wenn du nur eine ganz naheliegende Überlegung anstellst, so wie du sie uns immer predigst. Die Situation machten Peter und ihm mächtig Spaß. Jetzt war Justus mal in der sonst für sie beiden vorgesehenen Rolle. Peter stieß Bob an. Hey, ist doch Weihnachten, sollen wir nicht da von seiner Qualen erlösen? Bob nickte zwar, aber in dem Moment stieß Justus in einem Ton, der Hoffnung und Zweifel gleichermaßen erkennen ließ hervor, ihr habt mir doch wohl nicht einen Abend mit ihr geschenkt. Die beiden Freunde grinsten. Du bist eben doch ein schlaues Kerlchen, Justus, und verdienst es ganz eindeutig, unserem kleinen Unternehmen als erster Detektiv und Anführer vorstehen zu dürfen. Erklärte Bob in einem feierlichen, Justus Jonas hat den Fall gelöst tun. Und Peter fügt hinzu, zur Belohnung gebe ich dir jetzt noch den Hinweis, dass du mal ganz dringend in Richtung Haustür gehen solltest. Das ließ sich Justus natürlich nicht nochmal sagen. Er stürzte zur Haustür, riss diese auf und erstarrte. Vor ihm stand Lys, die zauberhafte Lys, und lächelte ihn an. Das machte sogar ein Justus Jonas mal sprachlos. Hallo Justus, frohe Weihnachten, sagte sie leise. Dann trat sie vor und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Jetzt war Justus erst recht nicht mehr zu irgendwelchen sinnvollen Lautäußerungen fähig. Mehr als ein gestammeltes Lys, hallo, ich wünsche dir ebenfalls frohe Weihnachten, kam ihm einfach nicht über die Lippen. Vielleicht lässt du Lys erstmal hereinkommen, Justus. Er tönte plötzlich Peters Stimme hinter ihnen. Justus drehte sich um und erblickte am Ende des Flurs Bob und Peter. Beide lächelten zufrieden. Es war definitiv das richtige Geschenk gewesen. Und das zeigte Just auch noch einmal deutlich, indem er in einer raschen Bewegung auf die beiden Jungs zuging. Sie umarmte und ihnen ins Ohr flüsterte, ihr beiden habt keine Ahnung, was mir dieses Geschenk und eure Freundschaft bedeuten. Dann ließ er die beiden los, alte zu Lys, die das Schauspiel beobachtete, zurück und zog sie durch die offene Tür hinein in seine Arme. In diesem Augenblick war Justus einfach nur glücklich. Er hatte alles, was er wollte, hier in diesem Haus und in seinen Armen. Na los, Bob, wir wollen die beiden nicht länger stören. Außerdem hast du von mir noch gar kein Geschenk gekriegt. Mit diesen Worten ergriff Peter Bobs Hand und zog ihn zurück ins Wohnzimmer. Dort angekommen, holte er ein kleines, hübsch verpacktes Geschenk unter dem Baum hervor und überreichte es feierlich. Bob öffnete mühsam das Schleifenband und zog ein gebundenes, kleines Buch aus dem Geschenkpapier hervor. Und hielt einen alten, in Leder gebundenen Gedichtband mit den Sonetten von Shakespeare makellos erhalten und in einer wunderschönen Aufmachung in den Händen. Er schlug ihn vorsichtig, ja fast ehrfürchtig auf und entdeckte auf der ersten Seite eine Widmung. Erstaunt sei er kurz zu Peter, doch dieser nickte ihm nur aufmunternd zu. »Dieses Geschenk ist für den wichtigsten Menschen in meinem Leben. In Liebe, Peter«, stand in schwarzer Tinte für die Ewigkeit gebannt dort. Bob ging tausend Gedanken durch den Kopf. Dies war das schönste Geschenk, das ihm Peter je gemacht hatte. Und er wollte ihn so gerne dafür umarmen. Aber das konnte er nicht. Jeder der Anwesenden würde merken, welche Gefühle gerade so unbarmherzig in ihm aufloderten. Bob schluckte, stammelte ein Danke in Richtung Peter und verließ fluchtartig den Raum. Er stürzte in sein Zimmer hinauf, das Buch noch immer fest umklammert. Im Wohnzimmer sahen ihm seine Eltern und die Ehepaare Sean und Jonas überrascht hinterher. »Ich werde mal eben nach ihm sehen«, erklärte Peter unschuldigt und eilte Bob hinterher. Vielleicht war die Widmung doch keine so gute Idee gewesen. Ohne zu klopfen betrat er Bobs Zimmer und fand seinen Freund am Fenster stehend vor. Tränen schimmerten in seinen Augen. »Bob, hör mal, ich muss dir zu meinem Geschenk noch etwas erklären. «, setzte er an, wurde aber von Bob unterbrochen. »Musst du nicht. Ich hatte mich eben nur nicht unter Kontrolle, weil ich mich über dein Geschenk so sehr gefreut habe. Du kennst mich doch, ich wusste keine passenden Worte und ich wollte...« Weiter kam er nicht, denn Peter hatte in der Zwischenzeit die Distanz zwischen ihnen überwunden und legte Bob einen Finger auf die Lippen. »Ich will es dir aber sagen.« Peters Stimme war sanft, jahrzärtlich, duldete aber keinen Widerspruch mehr. »Es tut mir leid, dass ich dich mit meinen Worten so aus der Fassung gebracht habe, aber ich habe jedes Wort, das ich dir dort in diesem Buch geschrieben habe, genauso gemeint, wie es dort steht.« Er seufzte. »Du bist für mich wichtiger als alle anderen. Du warst, du bist und du wirst immer mein bester Freund sein. Und ich habe dich nicht nur gern oder lieb. Ich liebe dich.« Peter stockte kurz, fing sich dann aber wieder. »Ich weiß, ich bin ein Trottel und ich habe es lange nicht kapiert, aber jetzt bin ich mir sicher. Ich möchte mit dir zusammen sein, wenn du es denn auch willst.« Er sah Bob fragend an. »Du bist wirklich ein Trottel, aber einer, der mir die schönsten Geschenke der Welt macht.« Und mit diesen Worten übergab Bob ein längst fälliges Geschenk an Peter. Einen richtigen Kuss.